die jungen mit jetzlichen willkommen zu einer weiteren folge mein kürz und hier so 4 schlafen jetzt erst mal mit der Axt in der Hand und ja wir haben fast kein Essen um ehrlich zu sagen wir überhaupt kein Essen mehr deshalb will ich mal zu sagen machen war uns mal eine Farm jetzt mal die schauen die sind immer noch nicht gewachsen okay okay um erstmal wo so liefern hin was soll die Formen um weil ich habe so eine kleine Vermutung und wie ich das macht könnte so so könnte man das doch theoretisch machen so 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 machen wir das irgendwie so damit das hier wieder ganz natürlich aussieht ja das sieht gut aus okay dann hier noch einen kleinen Hügel weg und dann würde ich vorschlagen man würde sie jetzt erst mal so ein bisschen abrunden so und ist so steinschaufel auch wieder kaputt ähm okay haben wir noch Holz ich kann mal kurz schauen das heißt wir gehen wieder ein bisschen Holz fällen aber diesmal ein bisschen weiter weg und in der Zeit können wir sofort ein paar Tiere suchen so wie dieses Hut hier oder dieses Ei so und hier ist auch sofort dann nehmen das Meer oder See oder was auch immer da könnte man dann auch etwas cooles machen und um ich jetzt sind nicht so viele Bäume wissen nur wie ihr Absatz von unserem Berg gehen und der Kurschen nicht mehr so so So. 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 Okay. 18 Holz haben wir. Ich finde es aber auch, ich den Zaun ganz gerne mit, ähm, wie es ist. Birkenholz, mir ist gerade gar nicht eingefallen, am Birkenholz machen, machen. So. Ja, aber Birkenholz ist hier deutlich seltener. So. 23 Birkenholz, das geht auf jeden Fall klar. So. So. Dann das da rein. Okay, und, machen wir das wieder weg. So, jetzt wird nur noch eine, ups, Entschuldigung, bin ich ins Mikro gekommen. So. Okay. Wir haben 23 Birkenholz. So. Warte. So. 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 Und ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie das gemacht wird. das wird so gemacht. So. 48. Okay. Okay. Fragt sich nur noch, wie groß soll das denn sein. So. 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 Hier wird glaube ich so der Weg kommen. nicht ganz gut. Geht doch gar nicht. wollten wir das so von der Länge machen. kurz mal die noch mal abbauen so und dann da was für sich paar bäume hin machen warte ich würde sich um hier einen und da ein ganz stark zurück und machen uns mal hier so und wir haben keine Stücke mehr so so zack da hinlaufen setzen falsche Richtung natürlich so setzen erstmals ist das unsere kleine Form ok dann brauchen wir mal eine Hacke los los groß ok da würde ich aber auch raten dass wir das in die Mitte das ist 1 2 3 4 5 6 1 2 3 super ist jetzt auch genau so lang aber gerade theoretisch können wir das ja auch so machen so alles schaut jetzt nicht so überragend aus aber egal mal so so es wird auch schon wieder nachts ich muss auch mal einen Eimer machen das wäre auch gar nicht so schlecht so wir müssen halt hier nur mal kurz schnell einen Eimer diese Kohle will ich eigentlich noch nicht nehmen wir lieber kurz mal hier rüber so ich muss wieder zurück sagt 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 so so dann da ein platz und dann das ganze da noch mal aber ich hier ein wasser und ein wasser hin aber erst mal mache ich mich immer nur unendliche wasserquellen hier kommt der Brunnen der Unmöglichkeit so oder mal nur kurz wieder mal ein bisschen kommst du an z rutscht da hat er schon okay und dann machen wir uns mal kurz das erste so und dann ähm, was wollte ich jetzt schon wieder machen? Ach ja. Gubbelst du denn genügt natürlich wie immer mal nicht. Kratzen, so. Und dann noch mal, so. Zwei hoch. Ja, ich glaube, das genügt. Okay. Warte kurz. Geh ich kurz was holen? Ähm, oder kurz was machen? So. Okay. Ja. auf den block genügt okay und dann das einmal einmal rein und setzen ihn wieder dahin perfekt eigentlich so dass wir wenn wir alles noch zu erde machen aber jetzt erstmal hier wasser im dann einmal okay pack halt einfach weg so er muss nochmal in einer findet noch mal dahin So, so, so. Einmal. So. Einmal. Kleine Abkürzung nehmen. So. Mittlerweile ist schon keine Abkürzung mehr. So, wieder hoch. Hierhin. Und dann noch einmal. So. Zack, zack, zack. So. Okay. Ist es jetzt unendlich? Nee, ist es nicht. Ich hatte... So. Genau. Ich will hier mal wieder das erste Mal Wasser suchen. Der ist jetzt hier auch ein paar Samen. Das ist immer noch sie. Ich will hier mal. Ich will hier mal ein paar Samen. Komm schon, weiter, weiter, weiter. So. Noch einmal. So, endlich. Okay, Weizenkörner. Bauen wir noch drei. Noch einen. Weizenkorn. Danke. So. Okay, und dann noch mal kurz. Zack, 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 zack. Da geht es leider nicht. So. Naja, da können wir ja noch nicht. So. 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 ok dann wird es auch schon wieder nacht ihn noch kurz schlafen und ja dann würde ich sagen was ist von dieser folge natürlich wie man leichter unendliche brunnen müssen nur kurz benennen und der unendlichkeit unendlichkeit und der unendlichkeit gut dann würde ich sagen dass man weg ja dann würde ich sagen was ist von dieser folge wenn ich gefunden lasst natürlich wie man leichter ist dann haut rein und war es war es war es tschau so